In diesem Video zeige ich dir die besten Smartphones bis 500 Euro. Am Ende sage ich dir auch, welches Smartphone ich nehmen würde. Schau dir das Video also bis zum Schluss an. Let's go! Ich präsentiere dir die Handys in keiner bestimmten Reihenfolge. Das ist alles bunt durchgemischt. Und beginnen wollen wir mit dem Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Das Handy ist ganz neu auf dem Markt. Die UVP lag bei 499 Euro. Und jetzt kriegst du es teilweise schon für um die 400 Euro. Hier siehst du es für 422 Euro bei Amazon. Und dafür kriegst du schon einiges geboten. Denn zum einen hast du ein riesiges 6,67 Zoll 120Hz AMOLED Display. Mit wirklich schönen, dünnen Displayrändern. Dank der 120Hz sind Bewegungen und Animationen schön flüssig und angenehm fürs Auge. Als Prozessor hast du hier einen Mediatek Dimensity 1080. Das ist ein Mittelklasse Prozessor. Der ist okay. Casual Games sind kein Problem. Aber wirklich anspruchsvolle 3D-Spiele sind für den Prozessor dann doch eine Belastung. Das Redmi Note 12 Pro Plus zeichnet sich aber durch die Kamera aus. Denn auf der Rückseite hast du eine Triple-Kamera mit einem 200 Megapixel Hauptsensor. Dadurch kannst du halt enorm viele Details einfangen. Die Kamera ist auch gut, aber es ist jetzt keine Weltklasse-Kamera, die mit den 1000 Euro Handys mithalten kann. Denn auch einen 200 Megapixel Sensor in einem 500 Euro Gerät zu bekommen, das ist schon krass. Das andere, was sehr gut ist, ist der Akku verbaut sind 5000 Zellen. Damit kommst du zwei Tage aus. Und der Hammer ist, du kannst ihn mit 120 Watt schnell laden. Eine Vorderladung dauert dann weniger als 20 Minuten. Das ist für ein Handy in der Mittelklasse sehr besonders. Als Software kommt hier Android 12 mit MIUI 13 zum Einsatz. Das ist ein bisschen ärgerlich, denn es ist noch die letzte Android-Version. Aber relativ bald sollte auch hier Android 13 verfügbar sein. Unterm Strich kann man sagen, das Redmi Note 12 Pro Plus ist ein Smartphone, das vor allem für Leute interessant ist, die ein schönes Display wollen, eine sehr gute Akkulaufzeit und viel Wert auf Schnellladen legen. Auch die 200 Megapixel Kamera sticht hier von den anderen hervor. Wenn du das Handy haben willst, dann findest du den Link dazu sowie zu allen anderen Geboten in der Beschreibung. Bevor wir jetzt zum nächsten Handy kommen, möchte ich dir kurz den besten Handy-Tarif vorstellen, den es aktuell gibt. Und zwar kriegst du bei sim.de hier für 12,99 Euro 25 GB All-Net Flat. Also Flat-Internet, Flat-Telefonie und Flat-SMS. Und das Gute bei sim.de ist, ich bin da auch schon seit Jahren, bin sehr glücklich, du bezahlst nur den Preis, der hier angegeben ist. Es gibt also keine versteckten Kosten, auch nach 24 Monaten. Aber du kannst auch eine monatlich kündbare Laufzeit wählen, dann zahlst du einmalig 19,99 Euro, aber das war's. Du kannst jeden Monat aus dem Vertrag raus und wie gesagt, der Preis ist immer konstant bei 12,99 Euro. Deine Rufnummer kannst du natürlich auch ganz easy mitnehmen, einfach im Bestellformular angeben und dann wird die mit dem Beginn deines neuen Vertrags mitgenommen. Auch dieses Angebot hier ist sehr gut, für 10 Euro kriegst du hier 80 GB, das ist auch immer noch ein sehr starkes Angebot. Also ich kann dir sim.de nur empfehlen, ich bin bei denen schon seit Jahren kunde, bin super zufrieden. Falls du also einen günstigen und guten Handyvertrag im O2-Netz haben willst, dann schau dir mal die Verträge von sim.de an, ich verlinke sie dir auch in der Beschreibung. Machen wir weiter mit dem Google Pixel 7a. Das Handy ist auch ganz neu auf den Markt gekommen, aktuell kostet es gerade noch 509 Euro, aber ich bin mir auch sicher, dass der Preis ziemlich schnell auf unter 500 Euro fallen wird. Und dann kriegst du mit dem Pixel 7a ein exzellentes Kamerasmartphone. Aber fangen wir vorne an. Zunächst hast du ein 6,1 Zoll kleines AMOLED-Display mit 90 Hz. Die Displayränder sind in echt ein bisschen dicker als hier, aber das ist auch immer noch modern und wie es sein soll. Du hast hier drei schöne Farben zur Auswahl, schwarz, hellblau und weiß. Und auf der Rückseite hast du dann eine 64 Megapixel Dual-Kamera. Neben dem Hauptsensor hast du noch eine 13 Megapixel Ultra-Weitwinkellinse. Und gerade wegen den Kameras sind die Google Pixel Handys bekannt. Du bekommst hier wirklich eine exzellente Kamera, die tolle Aufnahmen bei Tag und bei Nacht liefert. Als Prozessor bekommst du den neuesten Tensor G2-Chip. Der ist gut und kann auch Spiele auf hohen Grafikeinstellungen spielen, aber der Prozessor ist jetzt nicht der energieeffizienteste. Das merkst du dann an der Akkulaufzeit. 1 bis 1,5 Tage kommst du mit dem Handy durch, aber hier gibt es Handys, die deutlich länger halten. Dafür bekommst du hier Stock Android direkt von Google, also das Android in seiner reinsten Form. Du bekommst 3 Jahre Android-Updates und 5 Jahre Sicherheits-Updates und das immer als allererstes. Falls du also viel Wert auf Fotografie legst und dir eine Kamera extrem wichtig ist, dann schau dir unbedingt mal das Pixel 7a an. Das ist ein exzellentes Kamerasmartphone. Kommen wir jetzt zum Samsung Galaxy S21 FE, dem Ferrari zum Golfpreis. Die UVP des Handys lag bei 750 Euro, mittlerweile kriegst du es aber schon für um die 480 bis 450 Euro. Und das ist wirklich ein Spitzenpreis für so ein Handy. Es kam zwar schon von einem Jahr auf den Markt, aber du hast immer noch ein tolles 6,5 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hertz. Dazu hast du einen schnellen Schnafdrache 888-Prozessor. Du kannst also hier auch Spiele auf höchsten Grafikeinstellungen flüssig spielen. Ein weiteres Highlight ist natürlich die Software. Du bekommst hier Android 13 mit One UI 5.1. Insgesamt kriegst du auch 4 Jahre OS und 5 Jahre Sicherheits-Updates, also sogar noch mal ein Jahr mehr, als Google selbst beim Pixel 7a anbietet. Aber du musst halt ein Jahr abziehen, weil das Handy letztes Jahr schon auf den Markt kam. Stark ist auch die Triple-Kamera auf der Rückseite. Neben der Haupt- und Ultra-Weitwinkellinse ist hier sogar nämlich noch eine 3-fach Zoom-Kamera verbaut. Damit kannst du bis zu 30-fach ranzoomen und das bietet kein anderes Smartphone in der Preisklasse. Auch die Qualität der Bilder und Videos ist überragend und kannst mit 1000 Euro Smartphones aufnehmen. Und das Beste an dem Handy ist, es ist sogar wasserdicht und du kannst es kabellos laden. Falls du also einen super Allrounder willst, dann schau dir mal das Galaxy S21 FE an. Für 479 Euro kriegst du den Ferrari zum Golfpreis. Falls du mehr Speicher brauchst, dann kannst du dir auch die 256 GB Variante holen. Die kriegst du aktuell für 527 Euro. Das ist auch ein neuer Bestpreis für die Speicherkonfiguration. Weiter geht's mit dem Nothing Phone One. Das Smartphone kam letztes Jahr auf den Markt und hat 499 Euro gekostet. Und aktuell kriegst du es hier in weiß für 460 Euro. In schwarz kriegst du es hier sogar schon für 380 Euro. Also das ist nochmal deutlich günstiger. Ja und das Nothing Phone One, das ist ein spezielles Handy, denn du siehst es schon, das Design ist ganz anders. Die Rückseite ist nämlich transparent und es sind über 900 LEDs verbaut. Die sogenannten Glyphen leuchten, wenn du Benachrichtigung bekommst. Das sieht halt einfach nur cool aus, aber einen richtigen Nutzen hat's halt nicht. Auf der Vorderseite hast du dafür ein tolles 6,5 Zoll AMOLED Display mit 120 Hertz. Und du siehst, die Ränder sind auch schön symmetrisch. Es hat also einen modernen Look von der Vorderseite. Als Prozessor bekommst du einen Snappy 778G+. Das ist ein oberer Mittelklasse-Chip, mit dem kannst du auch Spiele auf hohen Grafikeinstellungen flüssig spielen. Und im System läuft alles flüssig. Apropos System, vorinstalliert ist mittlerweile Android 13 mit dem Nothing OS 1.5. Die Nothing OS Oberfläche ähnelt sehr Stock Android, hat aber ein paar grafische Anpassungen vorgenommen. Insgesamt ist die Oberfläche minimalistisch und performant. Weil Nothing aber ein junges Startup ist, kriegst du die Updates hier nicht als erstes rein. Falls du also viel Wert auf Software-Updates legst, dann ist es vielleicht nicht das richtige Handy für dich. Auf der Rückseite gibt's dann noch eine Dual-Kamera mit 50 Megapixeln. Und die macht auch richtig gute Aufnahmen bei Tag, bei Nacht nimmt die Qualität dann ein bisschen ab. Der Akku bemisst 4500 Zellen und er hielt bei mir so 1 bis 1,5 Tage durch. Falls du also viel Wert auf ein stylisches Smartphone legst, was außergewöhnlich ist, vor allem mit diesen LEDs hinten und der transparenten Rückseite, und du einen guten Allrounder willst, dann schau dir mal das Nothing Phone an. Für 4 bis 500 Euro ist das auch ein richtig gutes Angebot. An der Stelle auch nochmal gesagt, bald kommt das Nothing Phone 2 raus. Das soll dann nochmal einen besseren Prozessor haben und ein ähnliches Design. Allerdings wird es dann auch nochmal teurer sein. Von daher, wenn du jetzt das Nothing Phone 1 für um die 400 Euro kriegst, machst du hier einen richtig starken Deal. Und zum Schluss habe ich noch das Poco F5 Pro für dich. Das ist auch ganz neu. Die UVP lag bei 579 Euro. Mittlerweile kriegst du es hier schon für 529 Euro. Und ich denke, der Preis wird auch ganz bald unter 500 Euro fallen. Und dann kriegst du hier ein richtig starkes Gaming-Smartphone. Auf der Vorderseite hast du ein tolles 6,67 Zoll 120 Hertz AMOLED-Display. Also auch die Bewegung und Animation sind hier wieder flüssig. Das Herausragende an dem Handy ist aber der Prozessor. Denn verbaut ist hier ein Snapdragon 8 Plus Gen 1. Also der beste Prozessor aus dem letzten Jahr. Und das merkt man im System rennt alles. Und Spiele laufen auf den höchsten Grafikeinstellungen flüssig. Wenn du also Zocker bist, dann könnte das ja wirklich interessant für dich sein. Als Software kriegst du hier das neueste Android 13 mit MIUI 14. Und auf der Rückseite gibt es noch eine Triple-Kamera, einen 64 Megapixel Hauptsensor und eine 8 Megapixel Ultraweitwinkellinse. Stark ist auch der Akku. 5.160 Zellen sind verbaut. Damit kommst du zwei Tage hin. Und du kannst das Handy sogar mit 30 Watt kabellos laden. Schnellladen geht mit 67 Watt. Das dauert dann so um die 45 Minuten. Das Besondere an dem Handy ist aber, du kannst es auch mit 30 Watt kabellos laden. Und bei Amazon kriegst du hier sogar noch zwei Jahre Extra-Garantie. Also ganz klar, wenn du Zocker bist und einen starken Prozessor brauchst, dann schau dir mal das Poco F5 Pro an. Das wird dir dann gefallen. Die Kauflinks zu allen Handys findest du in der Beschreibung. Alle vorgestellten Smartphones in dieser Liste sind wirklich top und haben ihre Vor- und Nachteile. Wenn ich mich jetzt für ein Smartphone entscheiden müsste, dann wäre es das Samsung Galaxy S21 FE, der Ferrari zum Golfpreis. Einfach, weil es eigentlich gar keine Schwächen hat. Du bekommst ein tolles Display, ein modernes Design, eine saustarke Triple-Kamera mit einem Zoom, einen guten Akku, einen starken Prozessor, eine lang anhaltende Software und halt Bonus-Features wie kabelloses Laden und Wasserdichtigkeit. Da kann keines der anderen Smartphones mithalten. Deswegen wäre meine Wahl das Samsung Galaxy S21 FE. Ich habe es auch vielen meinen Freunden empfohlen und alle sind eigentlich begeistert von dem Handy. Jetzt interessiert mich natürlich noch deine Meinung. Welches der Smartphones wirst du dir holen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn du mehr solcher Videos in Zukunft sehen willst, dann abonniere auch gerne meinen Kanal, damit ich dich bald wieder nerven kann. Komm auch gerne in meine Smartphone-Kaufberatungsgruppe auf Facebook. Folg mir auch gerne auf Social Media für mehr Wahnsinn und Behind the Scenes. Alle Links findest du in der Beschreibung. Jetzt kannst du dir hier links ein anderes Video anschauen. In der Mitte kannst du meinen Kanal abonnieren oder klicke hier rechts, da kommst du zu meinem günstigen Handyvertrag.